Ja, hallo, Wolfgang hier. Willkommen bei einem neuen Turbo 3 Video. Dieses Mal geht es um eine Extension, die eine kleine Funktion nachrüstet. Und zwar, ihr kennt ja wahrscheinlich alle diesen Menütyp vom Typ Section Index. Da kann ich ja so eine Art Inhaltsverzeichnis erstellen. Kennt man auch von Wikipedia, wenn ich jetzt eine Seite habe mit vielen Texten, die untergliedert sind mit Überschriften, kann ich mit diesem Section Index Menütyp eine Art Inhaltsverzeichnis erstellen. Das kann ich dann oben oder in einer Seitenspalte platzieren. Und dann sind diese einzelnen Überschriften anklickbar dort aufgelistet sozusagen. Und wenn ich dann eine Überschrift in dieser Liste anklicke, springt mein Browser an die Stelle auf der Seite oder scrollt da nach unten, je nachdem. Kennt ihr garantiert, wenn ihr mal bei Wikipedia auf größere Seiten schaut, mit viel Text, mit vielen Überschriften, da seht ihr sowas. Und das geht eben mit Turbo 3 auch. Und normalerweise sind diese Links relativ kryptisch, sage ich jetzt mal. Da kommt normalerweise dann so die URL der Seite, eventuell noch mit .html. und dann kommt so Raute und dann C123, irgendeine Ziffer. Das ist natürlich immer die ID des Content Elements, zu dem jetzt gesprungen werden soll. Und die Extension, die ich euch heute zeigen möchte, die macht aus diesen kryptischen URLs ein wenig lesbare. Da steht dann eben nicht mehr Raute C123, sondern Raute C123 minus Titel der Überschrift. Also eine lesbare Überschrift kann man sich auch besser merken. Man kann das Ganze auch konfigurieren. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Ich wechsle das mal in meinen Browser und habe hier diese Extension schon mal im Repository geöffnet. Das heißt, die Extension Content Slug, Speaking URL Fragments, vom Sebastian Klein. Wir sehen, die funktioniert momentan mit Turbo 3.8 bis 11 sogar schon zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos. Lässt sich ganz normal installieren über Composer oder auch über den Extension Manager, je nachdem, ob du mit oder ohne Composer arbeitest. Und hier oben sehen wir schon so ein Beispiel, wie das dann aussehen kann. Ich verweise hier auch direkt mal auf das Handbuch. Das ist nämlich auch ziemlich ausführlich. Hier wird alles sehr gut erklärt. Auch die ganzen Konfigurationsoptionen, die man hier hat über Konstanten zum Beispiel. Ich möchte das jetzt gar nicht alles zeigen im Video. Da verweise ich einfach auf die Dokumentation, die da ziemlich ausführlich ist. Aber schauen wir uns mal an, wie das jetzt momentan aussieht. Ich habe jetzt mal hier eine Installation vorbereitet. Das ist ein Turbo 3.10, obwohl hier oben steht, Turbo 3.9 Videotraining. Das kannst du ignorieren. Das ist einfach eine Installation, die ich damals erstellt habe, die ich immer für solche oder oft für solche Videos hernehme. Aber es ist tatsächlich die aktuellste, momentan aktuellste Turbo 3.10 Version. Die Extension habe ich jetzt hier zwar schon installiert, aber noch nicht aktiviert. Und im Frontend sieht das momentan also so aus. Ich zeige das mal. Ich habe hier mal eine Seite vorbereitet. Hier sind einfach eine Reihe von Content-Elementen mit einer Überschrift. Da habe ich einfach per Copy-Paste hier die Dinger angelegt. Also habe ich mir da jetzt nicht die Mühe gemacht, hier einzelne oder andere Überschriften anzulegen. Und hier habe ich diesen Menütyp vom Typ Section Index. Und das sieht also normalerweise eben so aus, dass ich hier die einzelnen Überschriften habe. Wenn ich dann hier draufklicke, springt der Browser an die Stelle. Dass das hier nicht richtig stimmt, das ist ein CSS-Problem. Das habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht zu korrigieren. Aber ich kann es nochmal zeigen, wenn ich zur Überschrift Copy 4 springen will, klicke ich das an und dann springt der Browser eben hier runter. Und wir sehen auch hier in der Zeile, in der Adresszeile, ist dieses Raute C117. Das liegt einfach daran, dass dieses Content-Element jetzt die ID 117 hat. Das können wir uns auch im Backend einmal anschauen. Ich gehe mal hier ins Seitemodul auf die Seite 2. Da habe ich das angelegt. Da sind die einzelnen Inhaltselemente. Das ist hier die ID 117, dieses Copy 4. Hier habe ich das Menü-Inhaltselement vom Typ Section Index. Da habe ich nichts weiter eingestellt. Das ist einfach Standard hier, dass hier von der aktuellen Seite das geholt wird. Das Einzige, was ich hier gemacht habe, ich habe das Menü selber hier ausgenommen von diesem Section-Menü. Ansonsten würde das nämlich selber auch angezeigt werden. Das wollen wir natürlich nicht. Ansonsten aber alles Standard hier. Gut, jetzt aktiviere ich mal diese Extension, damit wir mal sehen, wie sich das dann verhält. So wurde jetzt aktiviert. Im nächsten Schritt muss ich noch ein Static-Template hinzufügen. Also ins Template-Modul, in dem Fall hier auf meine Home-Seite. Da liegt mein Typoscript-Template, Edit-Hole-Template, Record. Und hier unter Includes kann ich jetzt hier das Typoscript dieser Extension noch hinzufügen. So, und was die Extension jetzt quasi nachrüstet, sind zwei Felder im Backend. Wenn ich jetzt nochmal hier in mein Content-Element reingehe, oder in eins dieser Content-Elemente besser gesagt, dann finde ich jetzt hier zwei neue Felder. Einmal dieses Human-Readable-URL-Anchor. In der Datenbank ist es dann eben dieses TX-Content-Slug-Fragment. Und das kann ich jetzt hier entweder manuell ausfüllen, oder, das kennen wir auch vom Slug-Feld in den Seiteneigenschaften, das verhält sich nämlich im Prinzip ähnlich, ich kann auch hier das automatisch generieren lassen, und das wird dann eben hier aus der Überschrift, aus dem Header-Feld generiert. Und wir sehen, Umlaute werden durch entsprechende Zeichen ersetzt, über zu UE auch klein geschrieben. Das Leerzeichen hier in der Überschrift wird durch ein Minus ersetzt, und so weiter. Also das muss ja eine richtige URL sein, deswegen werden hier solche Änderungen vorgenommen. Das kann ich jetzt einmal hier speichern und mir gleich mal die Seite auch anzeigen lassen. So, und dann sieht das jetzt so aus, wenn ich mir das jetzt hier anschaue, achtet jetzt mal links unten hier auf meine Browser-Statuszeile, dann steht da jetzt eben Raute C2 minus Überschrift 1. Bei den anderen ist das jetzt noch nicht, ich muss das also tatsächlich hier bei jedem Einzelnen aktivieren. Und das muss ich dann also hier auch, ja, für die anderen letztendlich machen. Bei einer bestehenden Seite ist es jetzt natürlich ein bisschen aufwendig, sage ich mal, aber wenn man jetzt das auf einer neuen Seite gleich von Anfang an installiert, kann man sich da ein bisschen mal sparen. So, wenn ich das jetzt hier mal neu lade, die Seite, dann sollte ich das eben auch beim zweiten Content-Element entsprechend sehen hier. Bei der Copy 1 sehen wir jetzt auch links unten, da steht jetzt C114 Überschrift 1 Copy 1. Also ein bisschen lesbarer schon. Was wir hier auch sehen, dazu gehe ich nochmal hier rein, ist dieses Feld hier Set Link to Anchor. Das kennt wahrscheinlich jeder, der sich schon mal auf docs.typ3.org bewegt hat. Wenn man da auf einer Seite ist, auf der mehrere Überschriften auch sind, da hat jede Überschrift auch einen eigenen Anker-Link. Das ist sehr praktisch, wenn man eben gerade Links zur Dokumentation irgendwie teilen will, auf Facebook, Twitter, Facebook-Gruppen, was auch immer. Und das kann ich jetzt hier eben auch nachrüsten, diese Funktion. Ich aktiviere das also, sage ich mal Save und lade mal im Frontend neu. Und dann wird jetzt an diesem Content-Element hier diese Raute hinzugefügt und das ist jetzt auch der Link quasi. Und den kann man jetzt natürlich auch sehr schön zum Beispiel kopieren. Die Optik, das ist jetzt eben der Standard. Das kann man jetzt natürlich mit CSS noch ein bisschen aufhübschen, sage ich mal. Da könnte man eventuell auch das so machen, dass das eben standardmäßig ausgeblendet ist und nur bei Mouse-Over dann eingeblendet wird, so wie es auf docs.typ3.org ist oder man macht das ein bisschen kleiner oder transparenter, was auch immer. Das ist nämlich auch über eine eigene CSS-Klasse dann auch ansprechbar. Sehen wir hier A-Class-Headline-Anker. Also über diese CSS-Klasse kannst du das wunderbar ansprechen. Ist auch innerhalb des Überschriften-Tags, also auch da kann man mit Mouse-Over, mit Hover-Effekten, was auch immer arbeiten. Also das ist jetzt eine reine CSS-Sache, wie du das dann stylen willst letztendlich. Was können wir noch konfigurieren? Dazu mal ganz kurz nochmal ins Template-Modul. Gehen wir mal hier in den Konstanten-Editor. Da finden wir dann nämlich auch einen neuen Bereich hier, Plugin-TX-Content-Slug. Da können wir noch ein paar Funktionen hier aktivieren oder deaktivieren. Das ist eigentlich hier ganz gut erklärt. Ansonsten wirft ihr mal einen Blick in die Dokumentation. Interessant ist wahrscheinlich, oder am interessantesten ist wahrscheinlich das hier, Prepender String. Standardmäßig wird nämlich dieses C1, haben wir ja gerade gesehen und so weiter, wird nämlich noch diesen Slug vorangestellt. Das kann ich hier aber bei Bedarf ausschalten. Das sollte ich aber nur dann machen, wenn ich sicher bin, dass keine Überschriften oder gleichlautenden Überschriften auf der Seite verwendet werden. Ich kann das mal hier ausschalten, speichere das mal. Und wenn ich jetzt mal hier neu lade, sollten wir das auch sehen. Dann ist jetzt nämlich der Link, ihr seht das wieder, du siehst das wieder links unten in der Statuszeile, Raute-Überschrift 1, Raute-Überschrift 1, Copy 1 und so weiter. Also dieses C, X, Y, das fällt jetzt eben hier weg. Aber wenn ich jetzt natürlich hier mehrfach die gleiche Überschrift hätte auf dieser Seite, dann wären das quasi doppelte Links. Das muss man eben ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber wenn du sicher bist, dass es bei dir nie der Fall ist, dass Überschriften hier doppelt verwendet werden oder dreifach verwendet werden, dann kannst du diese Option hier sicher ausschalten. Ja, das zu dieser Extension. Sehr nützliche kleine Extension, denke ich wieder. Danke an den Sebastian, der das entwickelt hat und uns kostenlos zur Verfügung stellt. Und wie gesagt, wenn du da ein bisschen tiefer reinsteigen willst, verweise ich einfach auf die Dokumentation, schau dir das an und probiere es einfach mal aus. Aber funktioniert wunderbar, haben wir jetzt gesehen. Ist also innerhalb weniger Minuten installiert und eingerichtet. Das Einzige, was halt ist, dass ich dann manuell quasi in die Content-Elemente rein muss und nochmal diesen Slack generieren muss. Was leider nicht funktioniert, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Bug ist, da habe ich mich jetzt noch nicht damit beschäftigt, dass ich das in der Listenansicht, in der Einzeltabellenansicht mache. Da kann ich ja auswählen, welche Spalten möchte ich sehen und kann die dann in so einer Art Batch-Verarbeitung bearbeiten. Das hat da jetzt nicht funktioniert. Aber wie gesagt, keine Ahnung, ist es ein Bug oder habe ich was falsch gemacht? Müsste ich mir genauer anschauen. Habe ich mir jetzt noch nicht die Mühe gemacht. Ja, das war es schon. Vielleicht interessant für dich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gern einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und klick auf die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Und dann wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß mit dieser Extension. Mach's gut, bis dann. 10 10 16 15 17 16 17